Das phoenix-Tagesgespräch heute mit Gunter Krischbaum, CDU. Er ist europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion sowie Mitglied der deutsch-französischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen, Frau Davis. Ja, also Deutschland zeigt Präsenz. Jetzt muss man sagen in der Ukraine. Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin, war gestern da. Heute wird die Außenministerin in Kiew erwartet, Annalena Baerbock. Inwieweit hilft das der Ukraine jetzt? Also natürlich sind diese Besuche wohltuend für die Ukraine, weil sie signalisieren Unterstützung, sie signalisieren Solidarität. Aber es wäre natürlich schon zu begrüßen, wenn Bundeskanzler Scholz nicht seine Außenministerin vorschickt, sondern auch selbst in die Ukraine reist, so wie es Friedrich Merz auch getan hat. Gut, Friedrich Merz ist nicht der Bundeskanzler. Dennoch, er war da in der Ukraine und hat es getan. Das ist richtig. Es geht ja vielleicht auch nicht nur um Signale bei diesen Reisen, sondern wir haben es eben gehört von Robert Kempe. Bärbel Bas hat auch gesagt, zur Not muss es Gesetzesinitiativen geben, um zum Beispiel einen EU-Beitritt der Ukraine zu beschleunigen. Inwieweit kann man sowas denn überhaupt beschleunigen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Es äußern sich in diesen Tagen sehr viele, die allerdings wenig mit der Europapolitik und dem Europarecht vertraut sind. Es gibt kein Fast-Track-Verfahren in die Europäische Union hinein. Es gibt kein Schnellverfahren. Da müsste man erst die Verträge ändern und das wäre ein sehr langwieriger Prozess. Wichtig ist allerdings der enge Schulterschluss mit der Ukraine und ein eindeutiges Signal, dass sie dazu gehören wird. Wir müssen allerdings nicht nur ein Signal in Richtung Ukraine liefern, wir müssen auch eine Antwort geben, was gilt dann für Georgien, was gilt für die Republik Moldau und was gilt auch für Bosnien-Herzogowina, weil da ist Russland auch unterwegs, die ganze Region in dem sogenannten westlichen Balkan zu destabilisieren. Da hatte Bundeskanzler Scholz vergangene Woche ja auch auf einen schnellen EU-Beitritt der Westbalkanstaaten gedrungen. Wir haben ja, sage ich mal, diese drei Punkte. Wir haben einmal die Möglichkeit der Diplomatie, dann gibt es den Punkt der Waffenlieferungen und dann gibt es den Punkt der Sanktionen. Wenn wir jetzt mal weitergehen, Diplomatie haben wir besprochen in Richtung Waffenlieferungen. Da gab es heute die Meldung von Rheinmetall, es könnten erst Marder-Schützenpanzer jetzt geliefert werden, schon in drei Wochen. Reicht das? Nun, es reicht noch nicht, denn das ist letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man tatsächlich die Liste ansieht, die die Ukraine sich wünscht. Da ist natürlich nicht alleine nur Deutschland gefordert, da ist die Europäische Union insgesamt gefordert. Aber es geht natürlich nicht nur um den Marder, es geht um die Munition, es geht um Waffensysteme. Jetzt sollen sieben Panzerhaubitzen geliefert werden. Wenn man sich allein mal die Fläche der Ukraine anschaut, doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, das wäre runtergebrochen ungefähr eine halbe Panzerhaubitze für ganz Nordrhein-Westfalen. Das sieht man schon, das ist halbherzig, das ist nicht entschlossen genug. Und da fordere ich auch die Bundesregierung auf, endlich mehr zu tun und endlich auch die Wünsche der Ukraine ernst zu nehmen. Liegt es Ihrer Ansicht nach tatsächlich nur an der fehlenden Entschlossenheit oder liegt es auch einfach am fehlenden Material? Es liegt nicht am fehlenden Material, denn die Industrie könnte liefern und kann liefern. Da ist manches einfach noch zu schleppend, man ist hier zu zögerlich, zu zaudernd. Das ist leider von Anbeginn hier zu beobachten. Und da wundern sich natürlich auch die europäischen Partner, vornehmlich in Osteuropa. Denn hier tut man deutlich mehr. Und das würde ich mir wünschen, dass sich Deutschland dies zum Vorbild nimmt. Denn die Ukraine verteidigt nicht nur sich selbst, sie verteidigt unsere europäischen Werte. Und da gilt es, sie zu unterstützen. Ein weiterer Punkt der Unterstützung, jetzt gehen wir zum nächsten, sind Sanktionen, die ja auch gegen Russland wirken. Im Moment geht es um das Öl-Embargo. Schwierig auch wieder umzusetzen, sehen wir in der EU, weil Ungarn sagt, wir machen da nicht mit, wir sind noch zu abhängig. Reicht es denn? Aber darüber hinaus gehen wir mal davon aus, dieses Öl-Embargo kommt in irgendeiner Art und Weise, wann auch immer. Reicht das Ihrer Ansicht nach oder braucht es stärkere, härtere Sanktionen gegen Russland? In der Summe ja. In der Summe braucht es härtere Sanktionen gegen Russland. Aber lassen Sie mich auch ein Wort zu Ungarn sagen. Wir haben natürlich unterschiedliche Betroffenheiten in der Europäischen Union. Auch die Slowakei ist zu 100 Prozent abhängig von russischem Öl. Da können wir ja auch mit Übergangsfristen arbeiten für einige besonders hart betroffene Staaten. Aber ich glaube, es wäre schon eine starke Antwort, wenn wir jetzt aus dem russischen Öl aussteigen, so wie das ja die G7-Staaten jetzt auch beschlossen haben. Das wird Russland treffen. Russland verdient mehr am Öl als am Gas. Und gleichwohl wünsche ich mir hier einen noch schnelleren, ambitionierteren Ausstieg aus russischem Gas. Denn es kann nicht sein, dass wir umgekehrt die Kriegsmaschinerie von Putin unterstützen, indem wir diese Rohstoffe kaufen und die höheren Preise dafür bezahlen, die ja Putin selbst mit diesem Angriffskrieg verursacht hat. Er verdient am meisten an diesem Krieg. Ja, er wäre aber natürlich auch in der Lage, im Zweifel zu sagen, okay, jetzt stellen wir die Gaslieferungen ein. Davor haben viele Angst, Wirtschaftsweisen warnen, wenn das russische Gas ausbleibt, dann haben wir in Deutschland ein richtiges Problem. Ist das keine reelle Gefahr aus Ihrer Sicht? Wirtschaftsminister Habeck hat selbst gesagt, wenn es zu solch einem Szenario kommt, sind wir vorbereitet. Aber wenn das doch gilt, dann wundere ich mich schon ein wenig, warum wir nicht umgekehrt reagieren und sagen, wir machen uns schneller von russischem Gas unabhängig und wir steigen schneller um. Er hat Gespräche bereits geführt mit Katar, er wird nach Aserbaidschan reisen, er wird andere Anstrengungen unternehmen. Das ist auch richtig und bekommt auch unsere Unterstützung, weil das ist eben die Realpolitik. Man kann sich mitunter die Partner nicht zurechtschnitzen, aber eines gilt garantiert, wir müssen uns unabhängig machen von Russland und das wird auch ein unumkehrbarer Prozess sein. Denn auch einmal mehr, wir dürfen hier die Ukraine nicht alleine lassen und sie muss vollumfänglich unterstützt werden. Die Strategie, wie man der Ukraine angemessen helfen kann, die werden ja immer aktuell angepasst, auch weiter werden müssen. Jetzt war gestern zum Abschluss unseres Gesprächs Emmanuel Macron bei Olaf Scholz in Berlin. Aus Ihrer Sicht, wie könnte denn eine deutsch-französische Sicherheitsstrategie aussehen, eine sinnvolle in Richtung der Ukraine? Das wäre in der Tat ein abendfüllendes Thema. Es würde schon damit mal beginnen, dass wir eine Sicherheitsstrategie innerhalb der Europäischen Union brauchen. Europa ist groß geworden über die Wirtschaftspolitik. Wir tasten uns jetzt erst langsam in diese Verfahren hinein. Wir haben Initiativen wie PESCO, das reicht aber nicht. Frankreich möchte zusammen mit Deutschland ein neues Rüstungsprojekt, ein Verteidigungsprojekt auflegen. Der sogenannte Kampfjet, FKAS, ist dieses Projekt genannt. Geld ist ja jetzt offensichtlich auch da, aber da gibt es viele Holprigkeiten in der Abstimmung mit Frankreich. Und deswegen müssen auch wir in Deutschland überlegen, wie wir unsere Gesetzeslagen anpassen. Wir haben eines der strengsten Rüstungsexportgesetze weltweit. Und das ist einer bilateralen Zusammenarbeit mit Frankreich sehr, sehr hinderlich. Aber wie gesagt, das würde jetzt wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen. Dann lassen wir es für den Moment dabei. Vielen Dank, Gunther Krischbaum nach Berlin. Ich danke Ihnen. Schöne Grüße nach Bonn. Vielen Dank, Gunther Krischbaum. Vielen Dank, Gunther Krischbaum. Vielen Dank. Vielen Dank.